Der One-Timer, der ist schon normal, deutlich besser geworden wie hier von Peterka! 3 zu 0 Deutschland, JJ Peterka! Und was ist denn das für ein maßgenauer Abschluss? ...eben mit dieser dezimierten Mannschaft. Insofern ist es wichtig, heute halt eben keine Klatsche zu kassieren. Und jetzt gibt's die 2 auf 1 Situation mit Peterka und Stützle! Tim Stützle mit dem Tor für Deutschland! 2 auf 1, weil hier aggressiv draufgegangen worden ist von Stützle. Dann der scharfe Pass nach vorne auf Peterka und dann spielt das super zu Ende. Da sieht man auch mal wieder seine individuelle Klasse. Du würdest da wahrscheinlich einen Fuß brechen, Fetzi. Enge Box da bei den Finnen, dann ist das Tor frei und er macht es wieder! Wow! Elmer Söderblom! Boah, was für eine geile Hütte! Die haben die ein bisschen mehr unter Kontrolle gehabt! Jetzt! Was ein Wriss-Shots! Barrett Hayden! Das ist ja sensationell! Bats! Hohoho! Oh, stark von Stützle! Stark von Stützle! Stark von Stützle! Stark von Stützle! Was ist das denn für ein Tor? Team Stützle nimmt Tempo auf! Da war eigentlich dann in der schlechteren Position. Ja, von wegen! Was ne Hütte von Stützle! Mega Tor von Stützle! Und deswegen spielt er jetzt dann in der NHL! Ja! 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 Ja!